Herzlich Willkommen zur aktuellen Sneak Kritik und zwar von Downsizing mit Matt Damon, Kirsten Rigg und Christoph Weitz. Dieser Film hat eine interessante Prämisse. Das Problem ist, alles total verschenkt. Der Film weiß nicht genau, was er sein will. Er ist alles und nichts wirklich davon. Er hat total Probleme. Man weiß nie, ist er jetzt eine Komödie, ist er jetzt ein Drama, ist er jetzt, auch wenn das zusammen noch passen würde. Er hat wahnsinnig viel verschenktes Potenzial. Die Trailer sind komplett nicht das, was der Film dann ist. Also wenn ihr den Film gesehen habt, kommt ihr raus und denkt euch, den habe ich nicht im Trailer gesehen. Der war die 5 Euro trotzdem wert für das Erlebnis der Sneak Preview insgesamt, aber müsst ihr ihn nicht gucken. Und ich wünsche euch noch, ciao, bis zum nächsten Mal.